Musik Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr mit einem Befehl eine ganze Stadt erbauen könnt. Die meisten von euch kennen den Befehl vielleicht, oder den Command.de ist ein sehr einfacher Befehl, und zwar in dem Fall der City Generator. Ganz kleines Video, kurzes Infovideo, wen es interessiert, wen nicht, braucht es nicht anschauen. Es ist nur, wenn man schnell Städte erbauen will, die hübsch sein sollen, dass die einfach die Möglichkeit sind. Ihr braucht einen Command Block. Setz ihn hier her. Gebt bei Befehl den Text ein, den ihr in der Beschreibung unten findet. Einfach um verändert raus kopieren. Fertig. Jetzt braucht ihr noch Redstone. Ein Redstone Block um ihn zu aktivieren. Ihr seht, er baut schon fleißig. Den Generator. Jetzt habe ich hier eine Schneeblocke bekommen. Die Schneeblocke werfe ich einfach irgendwo hin. Den fahren wir hier hin. Das ist halt echt viel, weil ich vor allem... Das ist halt echt viel, weil ich vor allem... immer schnell mit dem Städte bauen kann. Ich generieren kann. Ja, und wie ihr seht, kein Haus. Oder fast... Ja, okay. Fast kein Haus. Vielleicht den anderen. Ich habe wieder einen Ball bekommen. Das selbe kann ich hier wieder machen. Der Block fällt zu Boden. Er streut. Die Häuser sind auch beleuchtet. Das sieht man hier. Man kann sich um die Gräte bilden. Man kann um die Gräte bilden. Da ist ein Stock. Ja. 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 Es sind hier die Stockwerke. Ich kann auch auf die Wand drauf gehen. Ja. Hier. Ja. 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 die zweite Stadt erbaut. Einfach schien nicht eröstern. Ja, warum nicht? Im Wasser sollte es auch gehen. Das ist halt dann eher ein Karosserhaus. Jetzt fallen die Häuser von oben runter. Ist klar, weil sie so nebeneinander sind. Aber sie ist nur beispiele. Ja. Gut, ist jetzt nicht so schön, wenn sie so nebeneinander sind. Also es war ein kleines Tutorial. Ich hoffe es hat euch gefallen. Habt ihr gefragt und wollt ihr auf meinen Server? Schreibt einfach wie auf Server in den Kommentaren. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Like wäre nett. Ciao bis zum nächsten Video. Ciao.